Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Beta Dragon Quest 3, der deutschen Übersetzung von den SNES Projects. Wo ist mein Menü hin? Da ist es ja. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass ich mal den Textfluss wieder auf 4 stelle. Und jetzt wird es ja mal langsam Zeit, den Turm zu stürmen. Ich bin schon voll heiß drauf, mit dieser Frau zu reden. Das Zinnbuch ist irgendwo in diesem Turm. Wer es liest, wird zu einem Weisen werden können. Ich will aber kein Weiser werden. Ich will meine Eltern nicht verlieren. Uh, und ein Schnabel. Bebebebebebebebebebebebebebe. Er greift da einen Schandschnabel. Uh. Der haut aber rein, ja, mit 5 Schandspunkten. Uh, er ist kaputt. Ak, 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 ak. Die erinnern mich irgendwie an ein Schokobo ohne Körper und cooler Maske. Mach mal doch mal ein bisschen schneller hier. So. Aha. Also hier ist irgendwo dieses komische Buch, was wir jetzt finden werden. Ungefähr jetzt. Nein, Mann. Peek öffnet die Truhe. Prima. Du findest Weisheitssamen. Kill Bill nimmt Weisheitssamen. Kill Bill schon? Sind wir so voll hier mit den Items? Uiuiui. Mini-Medaille. Abgeben an den Beutel. Beutel freut sich über die Mini-Medaille. Brief des Königs. Den Kamoma-Beutel stecken. Reisegewand braucht er kein Schwein. Ja, abgeben an den Beutel. Ja. Gegengift abgeben an... ...dem Beutel. Ja. Kill Bill. Gib seine Mini-Medaillen auch mal ab. An Beutel. Ja. Und das andere auch noch. Ja. Weisheitssamen. Benutzen. Auf... ...ausnahmsweise mal Pick. Damit Pick auch mal ein bisschen weiter mehr zaubern kann. Weisheit steigt um zwei. Tü-tü. Ui, sehr labyrinthisch. Ach, schon wieder diese Schnäbel. Bum, 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 bum. Sind sie kaputt. Hm. Na toll. Hiha, eine Wand. Nein. Oh. Mal Angriff, 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 Angriff. Mary macht Magie-Peng. Den will ich jetzt mal sehen. Oh. Knister. Knister, knister, knister. Ach, die wirken Knister. Oh, was sind das für fiese Viecher. Boah. Ein Witter, der zaubern kann, das gibt's ja gar nicht. Heilkreuzen. Halt, das können wir aus dem Beutel benutzen. Beutel, Heilkraut benutzen. Auf, ähm, Micha. Ähm, nochmal auf Micha. Ja, er hat sich erholt. Wahnsinn. Red kriegt auch noch einen Heilkrautzen ab. Jetzt kriegt ja jeder mal einen Heilkraut am besten, ne? Oh. Hey. Heilkraut, Mary hat sich erholt. Hat ja nicht viel genützt, ey. Naja, naja. So. Hm. Ich checke erstmal hier unten die Lage. Och, die sind einfach. Zack, kaputt. So einfach ist das. Da oben war ein Strudels. Ein Apfelstrudel. Hm, 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 hm. Oh, der nervt. Geht sterben. Danke. Irgendwas ist jetzt gerade mit der Gruppe passiert, aber ich weiß nicht was. Oh, der ist ja noch oben. Oh, da hat auch noch eine Frau. Guten Tag, gute Frau. Das Leben ist eine Reise zur Erleuchtung und Erlösung. Willkommen im Turm von Garuna. Vielen Dank für euer herzliches Willkommen heißen. Wir müssen diesen Strudel nicht benutzen. Es ist ein heiliges Relikt von Anno dazu mal. Scheiß drauf, Leute. Rein da. Nice, der Effekt. Und wo werden wir nur wieder herauskommen? Oh mein Gott, nein. Wir sind bei einem alten Mann gelandet. Was tust du? Ich störe mich nicht beim Meditieren. Doch, ich störe dich. Ich störe dich ganz lange. Alter Blödsack. Ach, ich muss bestimmt dem alten Mann dieses coole Buch geben, damit er noch cooler meditieren kann. Ganz mediterran meditieren. So, Angriff auf Affe, Angriff auf Affe, Angriff auf Affe, Angriff auf Affe. So. Dumm, 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 dumm. Kaputt gehauen. Cool. So einfach geht das, Leute. Einfach nur mal kräftig eine in die Fresse gehauen. Und dann geht das auch sehr gut. Oh, hier geht's hoch und noch höher. Oh, die Sackgasse. I love Sackgasse. Nein, Mann. Frame Skip for the win, aber sich dabei bewegen ist immer blöd und unkontrolliert. Oh. Nice one. Ich wünsche mir soeben einen Enterhaken. Tschüss. Hm. Wo werden wir wohl landen? Oh, mein Gott. Hä? Da hin. Das Ding, da will ich hin. Ach, Mann. Haut ab. Hm. Ich hab da gerade so eine kleine Theorie. Oh, oh. Oh, oh. Äh. Ich hab das Gefühl, wir haben zu wenig Heilkräuter dabei. Oder ich müsste mit mehr Strategie spielen. Aber wir wollen ja auch was für ein Spiel sehen eigentlich. So. Ah. Nimm, 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 nimm. Da brichst auch noch eins zur Sache. Und jetzt probiere ich mal meine Theory aus. Hüpp. Na, landen wir genauso dort, ne? Das ist ja bravo. Okay. Angriff, 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 Angriff. Magie pengen, so. Ging ja ganz gut, ha? Jedes Mitglied erhält Erfahrungspunkte. Oh yeah. Wie kommen wir da jetzt rein? Ich will da rein. Sieht so aus, als ob man da reingehen könnte. Aber da ist ja bloß dieser blöde Portal. Das ist doch schon wieder scheiße hier, wenn man nicht weiß, wo man lang muss. I'm loving it. Ne, gehen wir woanders lang. Hat ja so keinen Sinn, nicht wahr? Gehen wir noch nördlicher? Weil es nördlich geht ja nicht, ne. Also müssen wir mehr südlicher als südlich gehen. Jo, Richtung Süden. Also dann. Die Gruppe zog wieder mal Richtung Süden. Macht hier wieder dabei kaputt. Und sind schon wieder alle beinahe kaputt. Stufe 16, cool. Hauen wir mal, nice. Hat irgendwas gelernt? Was hab ich denn gelernt? Vergiss. Vergiss etwas. Ah. Toll. Können wir erstmal schlafi-Schlaf-Schlaf machen, na. Lass mich rein. Wo war hier noch der Inn? Ich hab's vergessen. Nein. Ich glaub, an der zweiten Etage. Gab's überhaupt eine zweite Etage? Hm. Man weiß es nicht. Man munkelt aber. Ist doch irgendwo ein Inn gewesen, oder? Hab ich das nur geträumt? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Wo? Hm, dann halt nicht. Mir doch egal. Wir haben nämlich auch eine coole Magie, die sich da nennt Teleport. Wir müssen doch wieder mal wissen. Badadadara. Badadadara. So. Ist ja erst mal egal. Denn wir gehen ja sowieso jetzt schlafen. Wo ist der Inn? Wo ist der Inn? Hallo? 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 Wo ist jetzt hier der... Ich möchte gerne schlafen. Ah. Guten Tag. Wir sind weit hierher teleportiert worden. Nur um hier für 48 Goldmünzen zu schlafen. Alter Vater. Ja, ja. So. Halt. Kärtchen gucken. Wo sind wir überhaupt gelandet? Perfekt. Da wollte ich nämlich hin und dann nach Süden gehen. Und mir noch den letzten Zipfel anzugucken. Von dieser Karte. Oha. Du 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 du. Du 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 du. Oha. Diese Wunde sind so gefährlich. Oh mein Gott. So. Jetzt haben wir uns hier die Ecke angeguckt. Toll. Darum gar nix. Aber so erforschen wir wenigstens nahe zu 100% der gesamten Karte dieses Spiels. Was ja auch nicht ganz unvorteilhaft sein kann. Da ist noch ein riesengroßer, unsichtbarer Fleck nördlich von uns. So viereckig ist der super. Hammerstrange. Oh, hier ist eine Wüste. Eine Wüste, Wüste. Ach, bin ich heute wieder witzig aufgelegt. Oh, oh. Ach man, der nervt, der dämlichen Scheiß-Gegner-Fücher. Vielleicht kann man doch nicht mal richtig leveln. So, wo muss man jetzt sein? Ah, noch rechts. Okay. Oh. Schon hätten wir alles verkundet. Aber mal, das geht ja mal gar nicht. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Äußerst merkwürdig. Die Wutwolke, oh mein Gott. Sie ist so wütend. Oh, Kill Bill, level up. Nice one, nice one. Ich guck doch mal auf gleich und war auf die Karte bei. Ich muss jetzt hier nochmal gucken. Nehmen wir das Ding da weg. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter mal nach oben, weil da sind noch graue Stellen. Hm. Ist ja egal, Mann. Boah, ich hasse Krabben. Ja, genau deswegen. Die haben nur sinnlos zaubern. Mega stärk. Mega stärk. Mega stärk. Ich muss dir mega stark werden. Digi, digi, digi. Oh, ich nervte. Ich muss weitergefliehen. Der König, flieh. Na klar, versperren die uns den Weg, weil die blöd sind. Mann. Demnlichen, nervigen Arschloch fiegt das. Wolken. Ich liebe Wolken. Die machen ja keine Megastärke. In einer Weile kommen wir noch hin mit den HPs. Ist mir nicht schon lang gelaufen nach oben, man. Ja. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Mann. Im Osten. Und da mitten da. Und da kommen die komischen D-D-D-D. Mann. Nervig. Hund gemein. Nur mal ein Teleport. Hm. Hm. Hallo. So. Barometer. So. Warum ist es automatisch wieder Tag, wenn wir noch Barometer fliegen? Mann. Nicht blöd. Na gut, dann gehen wir uns noch mal ein bisschen cool ausrüsten. Und dann. Gucken wir mal. Bitte neun. Ja. Vielen Dank. Ja, tu es einfach in die Beutel, mein Fahrrad. Blöd. Ich habe mich nicht so gestragen lassen. D-D. Einmal für Meierkraut. Bla, bla. Na, noch neun. So. Was haben sie sonst noch hier im Angebot, junger Herr? Gar nix. Das ist ja voll blöd. Was ist das hier für ein hässlicher Laden, sag mal. Mann. So, ein schwarzer Pfeffer. Ich glaube, der Laden dem anverkauft welches. Übrigens. Das ist ein Waffen- und Rüstungslabel. So, mal gucken, was mir hier nochmal, ähm... Oh, eine Riesenschere. Oh, habe ich die noch nicht gekauft? Ingriff. Abwehr. Schauber Schild. 72, 75. So, okay. Also, Stahlpanzer zweimal. Einmal für Pig und einmal für Red. Eine gute Wahl. Wer soll es tragen? Pig. Möchtest du? Ja. Ja, ich möchte noch einen Stahlpanzer kaufen, bitte. Wer soll es tragen? Red. Möchtest du es ausrüsten? Ja. Möchtest du noch etwas kaufen? Gib und zwar die Riesenschere. Huhu. Red Skorpion mit den Fingerhänden. Nicht genug Geld? Das ist ja blöd. Eisenrüstung. Verkloppen mir. Ja, weg damit. Komm, braucht kein Schwein. Lederrock. Braucht doch auch keiner. Tja. Ich habe nichts weiter. Okay. Kaufen. Kaufen. Riesenschere. Tut mir leid, aber es scheint, das heißt, es ist nicht genug Geld, Mama. Wie viel kostet das Ding, ey? Oh, Mann! Da fehlen nur 200. Komm, wir überziehen jetzt hier den Part. Verdienen uns mal schnell noch 200 Goldmünzen und rüsten Red mal ein bisschen cool aus. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, Red ist gleich da. für noch 70 wir haben genug geld um sogar noch mal schlafen zu verkaufte ja auch in der nacht die schmerzen verleihen eine gute ausrüstung ich hätte eigentlich auch red sein aktuelles item ich ihn ablegen lassen können und hätte dann das verkaufen ist das ok nein kommt las mich in lass mich jetzt in Frieden. Ich möchte nur noch in Ruhe schlafen gehen und dann diesen Part hier sinnloserweise beenden. Diesen sinnlosen Part interessanterweise schon beenden. Ja, wir sind schon bei 16 Minuten knapp. Ich wünsche dir eine gute Reise, Mama. Okay, also sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Beta Dragon Quest 3 und ich hoffe, dass ich bis dahin herausgefunden habe, wo wir eigentlich lang müssen, verdammte Axt, noch eins. So, also macht's gut, bis dahin und tschau'sen!